Zwischen den Jahren war ich Skifahren, bin leider ein bisschen unglücklich gestürzt und hatte dann einen Kreuzbandriss. Daraufhin ist die Operation im Januar eigentlich ganz gut verlaufen, nur leider war es halt mit der Nachsorge überhaupt nicht gut. Das mit der Krankengymnastik hat nicht so funktioniert und da bin ich halt auf die Suche gegangen nach einer umsetzbaren Reha-Maßnahme für mich und bin eben auf euch gestoßen und mit euch in Kontakt getreten und habe dann eben das Zwölf-Wochen-Programm in Angriff genommen, was dann auch sehr gut funktioniert hat für mich. Ja, okay. Was war denn für dich am interessantesten? Also was war für dich der entscheidende Impuls zu sagen, hey, das, was ihr anbietet, ist spannend? Einfach, weil es sehr gut in den Alltag integriert werden kann. Man hat ja als Kassenpatient nicht die Möglichkeit, eine Reha-Maßnahme zu nutzen mit dieser Verletzung, dass ich dann irgendwo untergekommen wäre und deswegen war ich eigentlich auf der Suche nach etwas, wo ich weiß, ich gehe jetzt wieder arbeiten, aber ich kann es trotzdem durchführen, auf jeden Fall. Und ich habe dann was, wo ich wirklich aktiv an meiner Gesundheit und Rehabilitation wieder arbeiten kann. Und da war ich ja eigentlich perfekt für. Und welche konkreten Probleme hattest du, bevor du zu uns gegangen bist mit deinem Knie? Und wie hat sich das jetzt innerhalb dieser schon kurzen Zeit letztendlich verändert? Gut, ich sage mal, Post-Operation ist man ja erst mal so ein bisschen aufgeschmissen überhaupt, gerade wenn es mit der normalen Krankengymnastik nicht anläuft. Von daher war es immerhin nicht wichtig, dass ich überhaupt mal einen Plan bekomme, was ich jetzt konkret machen kann und wie, dass es überhaupt mal weitergeht und aufwärts. Und gerade mit den Mobilisierungseinheiten war mir da schon sehr, sehr viel geholfen. Auch mit den Trainingseinheiten natürlich. Aber da hatte ich schon eine deutliche Besserung im Vergleich zu den sehr unregelmäßigen Sitzungen an Krankengymnastik. Nur gerade nach der Operation war das ja sehr wichtig für mich gewesen. Und deswegen war es gut, dass ich da bei euch einfach schon so einsteigen konnte. Und natürlich hat man in der Zeit dann auch nach und nach wirklich eine Verbesserung gesehen. Wenn jetzt auch mein Kernproblem noch nicht ganz behoben ist. Aber ich sehe auf jeden Fall, da tut sich was. Ja, von daher. Ja, und da kann man ja auch ganz ehrlich sein. Also es ist ja nicht immer, jetzt mal jedes, also ich finde es auch ganz wichtig, mal ganz offen über diese Themen zu reden, dass das Knie ist halt ein Prozess und jeder ist individuell. Aber für dich ist natürlich das Ergebnis gut, dass es besser geworden ist. Und natürlich dann auch hoffentlich mit den Dingen, die wir jetzt schon angegangen sind, deutlich besser wird. Aber dass dir überhaupt mal aus dieser Situation geholfen wurde. Ganz genau richtig. Weil ich weiß nicht, ob ich das sonst hinbekommen hätte. Das Interessanteste ist, oder was für viele sicherlich interessant ist, folgende Fragestellung. Wenn du jetzt eine Person, die in einer ähnlichen Situation ist, wie du, oder wie du warst, sozusagen Knieathletics erklären müsstest, dürftest. Wie würdest du das beschreiben, was wir machen? Also wie würdest du das erklären? Also im Grunde genommen, es ist wie eine Reha, aber online. Und klar, auch mit ein bisschen einer Eigeninitiative, da muss man dann schon ein bisschen Willen zeigen. Das ist klar. Und diszipliniert sein, um das durchzuführen. Aber ich würde halt auch sagen, dass es da eigentlich keinen Grund zur Sorge gibt, weil viele ja dann eher so Bedenken haben. Gerade dahingehend hatte ich vielleicht am Anfang auch. Weil man kennt ja so gewisse Apps, die auch von Krankenkassen bereitgestellt werden, die aber einfach überhaupt nichts bringen und auch nicht funktionieren. Und von daher ist es auch sehr cool, dass ihr einem da direkt die Angst nehmt, auch sehr professionell mit der WhatsApp-Gruppe, dass man immer einen Ansprechpartner hat, dauerhaft, an den man sich wenden kann. Und wenn es da Probleme gibt, könnte sich die Person ja jederzeit an euch wenden. Also es ist eigentlich super easy. Und ja, man hat ja auch die Videos von euch, die Pläne kann man einsehen, jederzeit nachgucken, wenn man was nicht weiß, fragen. Ja, es ist anders, aber es ist sehr gut. Also ein gutes Anlass, würde ich sagen. Du hast einen spannenden Punkt eben gesagt, die Apps aus den Krankenkassen oder ähnliches, ja. Was ist denn da, also in deiner Wahrnehmung der genaue Unterschied, ja, den du wahrgenommen hast? Man hat zwar die Übungen, die einem gezeigt werden, das ist klar. Man kann das durchführen, aber erst auch nicht. Also es korrigiert einen da keiner. Man hat nicht die Möglichkeit, nachzufragen, wenn irgendwas ist. Und vor allem, wenn man was falsch macht, dann wird es einem nicht gesagt. Und das kann ja dann auch zu weiteren Problemen führen. Das heißt, wie hast du die Korrektur genau bei uns wahrgenommen? Also wenn du jetzt jemanden, das Thema Videoanalyse beispielsweise, was wir ja da, oder Bewegungsanalysen, die wir machen. Wenn du das jetzt jemandem beschreiben würdest, wie würdest du es beschreiben? Wie läuft das ab? Was hat dir da, was hat dir da geholfen? Ja, genau. Der erste Schritt ist ja einfach mal, ich mache die Übung, ich filme die ab und ich schlage die ganz easy in die App hoch. Und zeitnah bekommt man dann ja immer direkt das Feedback von euch. Das guckt man sich direkt an und dann wird einem ja direkt gezeigt, was hast du falsch gemacht, was musst du verbessern? Oder war es vielleicht gut, ja? Aber man kann es direkt umsetzen, ja? Man sieht es deutlich, es wird ja eingezeichnet und ja, dahingehend würde ich sagen, hat das super funktioniert. Wo war deine größte Veränderung auch mental in der Zeit? Also was waren so für Erkenntnisse, die du mitgenommen hast aus der bisherigen Zusammenarbeit? Momental spannend, also weil gerade so in der Anfangsphase ist man viel frustriert, auch mal so deprimiert, viele Hochs und Tiefs auch. Aber es war halt cool, dass ihr mir so auch ein bisschen die Angst genommen habt, weil es war ja gerade als dieser Streckdefizit, als es dann hieß, so ist es jetzt bald acht Wochen Post-OP, es sollte nicht mehr so sein. Und man kriegt das von vielen gesagt, oh, das ist aber gar nicht gut. Und ihr kamt dann an der richtigen Stelle und habt gesagt, hey, das ist gar nicht schlimm. Mach dir keine Gedanken. Es braucht einfach seine Zeit und wenn man länger nichts gemacht hat beispielsweise, dann ist das halt einfach so. Aber das heißt nie, dass dann irgendwie die Streckung von mir verloren ist. Und da habe ich mich so reingesteigert. Meine Angst, was passiert, wenn das nicht mehr wird. Aber das konnte ich inzwischen sehr gut ablegen in der Zeit, wo ich bei euch war, dass ich mir jetzt nicht mehr so einen Kopf mache. Ich weiß, es ist noch nicht okay, aber ich bin mir sicher, dass es das wird. Also das heißt, du fühlst dich auch gebappnet mit den Übungen, die du bekommen hast und so weiter. Also war es ja ganz wichtig zu verstehen, wenn man so ein Streckdefizit hat, ist das ja je nachdem echten Marathon, das dann auch wieder in den Griff zu bekommen. Gerade wenn von Anfang an die Nachversorgung nicht so hingehauen hat. Fühlst du dich gebappnet sozusagen, das zukünftig hinzubekommen? Ja, definitiv. Okay, und was ist da für dich so der ausschlaggebende Grund, warum du dich da sicher fühlst? Ja, das liegt tatsächlich an der Betreuung und dieser Sicherheit. Wenn man das von vielen dann gesagt bekommt, ihr seid Leute, ihr kennt euch aus, mit Knieverletzungen insbesondere. Und ich hatte auch schon schlechtere Erfahrungen, dass man gerade von Ärzten oder anderen irgendwie dann Kommentare bekommt. Also ein Beispiel, das ich hatte, mir wurde gesagt, ja, das ist eine Katastrophe, wir machen weiter Krankengymnastik. Von meinem Arzt kam das. Und da denkt man sich so, danke, also der hat einem oder hat mir das Gefühl gegeben, dass das meine Schuld ist, dass das jetzt nicht so funktioniert. Und ich denke, jemand, der in einer ähnlichen Situation ist wie du, der kann da extrem viel schon draus nehmen, dass man eben vor allem nicht in dieser Angst bleibt, sondern eben Maßnahmen ergreift, um das Ganze eben entsprechend auch anzugehen. Genau. Das heißt, wenn du jetzt so mit drei Wörtern beschreiben müsstest, wie fühlt man sich bei uns, betreut zu werden oder Klientin zu sein? Also als erstes mal sicher, aufgehoben und verstanden vor allem mit meiner Verletzung. Also ja, ich habe mich einfach gut aufgehoben gefühlt bei euch und ihr versteht, wie es ist, wenn man in so einer Situation ist. Und da kann einem generell schon besser geholfen werden, ja. So mein Eindruck. Ja, ja, mega. Dann würde ich einfach vorstellen, noch eine letzte Frage. Wenn wir fast nicht zu lange machen. Wem würdest du das Ganze empfehlen? Also wem würdest du empfehlen, mit uns zusammenzuarbeiten und vor allem warum? Also natürlich insbesondere gerade Leuten, die in der Situation in derselben oder ähnlichen sind wie ich, ja, dass sie eine Knieverletzung haben, vielleicht mit oder ohne OP, was auch immer. Ja, da gibt es ja verschiedene Varianten, sage ich mal. Da wird dann wirklich gut geholfen. Wahrscheinlich auch für Leute, die vielleicht schon seit Jahren ein Problem haben mit den Knien. Ja, ich bin jetzt nicht in der Situation, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da auch hilfreiche Lösungsansätze habt, um denen weiterzuhelfen. Ja, ich bin jetzt nicht in der Situation, dass ihr da auch hilfreiche Lösungsansätze habt, um die Knieverletzung zu machen.